Die Botschaft vom Kreuz ist ein absoluter Blödsinn. Für alle, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet werden, erfahren es als totale Kraft Gottes. Am Kreuz sehen wir, Gott ist anders. In einer Zeit, in der viele um gute Darstellungen und Posen bemüht sind, spricht das Kreuz eine andere Sprache. Dort hängt Jesus, einsam, allein, schwach und so gar nicht gut aussehend. Dort hängt ein Verlierer, der sein Leben verliert für dich. Jesus nimmt das Kreuz auf sich, weil er um Liebe wird. Er hat ein Ziel vor Augen. Er will dich und dein Vertrauen zurückgewinnen.